Betriebliches Gesundheitsmanagement Ist und bleibt Ihr Unternehmen gesund? Eine wesentliche Frage für Ihren Unternehmenserfolg. Insbesondere die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor. 14,7% der Deutschen sind betroffen. Politik und Gesetzgebung haben bereits reagiert. Psychische Gefährdungsbeurteilung ist nun Pflicht. Als Arbeitgeber haften Sie nun für arbeitsbedingte psychische Fehlbelastungen. Sichern Sie sich unbedingt mit unserem Expertengutachten ab. Verbessern Sie Zufriedenheit, Motivation und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ganz einfach. Durch die Einführung eines BGM-Systems. Ohne Ihr Tagesgeschäft einzuschränken. Keine Sorge, es ist nicht so teuer, wie Sie denken. Sie sparen sogar noch Geld dabei. Wie das gehen soll? Mit Hilfe einer tausendfach erprobten und softwaregestützten Vorgehensweise. Unsere Experten stehen für Sie bundesweit zur Verfügung. Mit maßgeschneiderten Lösungen verhelfen wir Ihnen in Rekordzeit zum Mehrerfolg. Durch die einzigartige Archimedus-Methode Erhalten Sie die wichtigsten Ansatzpunkte auf Knopfdruck. Ihre Mitarbeiter werden aktiv in den Prozess mit eingebunden. So fördern Sie Akzeptanz und Commitment Ihrer Belegschaft. Und erhalten einen enorm hohen Return on Investment. Ihr Nutzen Risikominimierung im Arbeitsschutz Innovative Gesundheitsförderung Zeit- und Kostenersparnis durch softwaregestützte Beratung Interessiert? , bis dann bis dann. Wir sollen sperrücken. Wir waren auf dem Ziel. Wir wollen das, bis dann mal. Wir wollen die Belegschaft mit einer Zenithis-Meleitung. Wir wollen die Belegschaft von유-Meleitung.